So, hier auf der Bühne hat sich eingerichtet die Pushing Street Big Band des Ratsgymnasiums Stadthagen. Das ist so etwa 40 Kilometer westlich von Hannover. Das Ratsgymnasium hat auch ein tolles Musikkonzept für die ganze Schule. Und es handelt sich hier um einen der jüngsten Big Bands dieses heutigen Tages unter der Leitung von Andreas Mayer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung gleich nach dem ersten Stück, so einen tollen Applaus, das ist schon toll. Und wenn wir schon mal langsam sagen, möchte ich jetzt auch mal kurz der Käthe-Kolpitz-Schule danken, dass wir das heute hier mit neuen Big Bands machen können. Für euch mal einen Riesenapplaus an die Käthe-Kolpitz. Applaus 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 Das erste Stück hier zu Ricks, Yannick Bruns am Tenorsitz. Applaus 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 Ja, warum haben wir das nächste Stück ins Programm genommen? Over the Rainbow Das ist ein Grund. Alle, die jetzt Musikabitur machen in diesem Jahr 2023, die haben ein Pflichtstück beim Thema Arrangieren. Ja, es gibt Arrangieren im Musikleistungskurs. Und dieses Arrangement von Over the Rainbow ist das Pflichtstück. Und deswegen spielen wir es heute. So listen an den Tropeten, Jörg Arnfeld und Laura Stüber. Applaus 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 Musik 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 Ja, das nächste Stück ist glaube ich ein Stück für unsere Jury. Wer sich ein bisschen informiert hat, da sitzen drei Super-Promo-Lauren-Mist hin. Und wir hatten neulich einen Workshop mit Jake Spicken und er hat dieses Stück Rough Riding mit uns gespielt und eingeübt, drei Tage. Wir finden es so schön, das ist unser Lieblingsstück gewesen. Leider würden sie es nicht spielen. Dafür spielt heute Elias Kochmink. Applaus 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 Musik 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 Applaus Musik 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 Applaus und nicht zu vergessen am Flügel Kasper Richter Applaus 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 Ja, das nächste Stück stammt aus dem Fehler von Jens Köhler. Jens Köhler ist Leiter des Jugendjazz-Orchester Schleswig-Holstein und aus Hamburg spielt Italien und arrangiert auch sehr gut für Big Band. Und dieses Stück ist eigentlich ein plattdeutsches Originalstück und er hat daraus ein schönes Arrangement gemacht für Big Band. Das heißt, ohne Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, ohne Gott. 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 Das heißt, ohne Gott.